Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um ihren geliebten Wald zu retten, müssen Socke und seine Freunde Wer hat denn eigentlich gebaut, den Staudamm? Die Biber. Ja, dann gehen wir die doch einfach holen. Ihr bisher größtes Abenteuer bestehen. Da steht, die Biber wohnen außerhalb des Waldes. Socke, das ist gefährlich. Wolle, ich bin auch weltungefährlich. Warum fliegst du nicht? Weil fliegen ist langweilig. Abflug. Mit den Stimmen von Katharina Thalbach. Schnell, da hat doch den Hügel hoch. Anna Thalbach. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Und Jan Delayed als kleiner Rabe Socke. Wenn das mal stimmt. Alles, was ich sage, stimmt. Immer, meistens. Alle Mann an Bord. Wenn wir alle zusammen helfen, vielleicht schaffen wir es ja auch ohne Biber. Einen Biber habt ihr. Prissy. Kannst du behalten. Der kleine Rabe Socke. Hattest du dich auch verlöwen? Hm. Hm. Bist du überhaupt eins von meinen Schafen? Ab 6. September im Kino. Wow. Wow.